Nachhaltigkeit heißt für mich natürlich auch innovativ zu sein, deshalb die eigene Müllentsorgung in unserer Gemeinde, sowie die angesprochene Wasserversorgung, die wir zu 100 Prozent selbst durchführen. Aufgrund der eigenen Müllabfuhr konnten wir die Qualität so verbessern, dass ein jeder Bürger, eine jede Bürgerin wesentlich zufrieden ist, als hätten wir es ausgelagert. Unser neuestes, innovativstes Projekt ist unsere eigene Wetterstation in Seiersbergbirka. Aufgrund dieser Wetterstation können wir den Winterdienst so einteilen, dass natürlich auch weniger Einsatzstunden anfallen und punktgenau hier agiert und gearbeitet werden kann. Das bedeutet für Sie natürlich noch mehr Verlässlichkeit auf Ihren Wegen zur Arbeit oder nach Hause. Unterstützen Sie mich dabei mit Ihrer Stimme für das Team Werner Baumann.